Guten Morgen, Schatz. Die Schule wartet. Stehst du bitte auf? Nein. Hey. Komm und fahr bei für dich heute. Oh, Hanna, hör auf. Du darfst nicht lachen. Du darfst nicht lachen. Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir wurden von TipTapTube getaggt zu der 24 Stunden Nein-Sagen-Challenge. Das Ganze gibt es auch als Ja. Das haben nämlich Marie, Adrian, Max und Ash gemacht und das war super lustig. Hanna und ich saßen vor dem Laptop und haben so gelacht. Wir fanden das echt ein ganz tolles Video. Also Daumen hoch von uns. Und ja, wir wurden getaggt, das Ganze in Nein zu sagen. Wir müssen 24 Stunden lang den ganzen Tag Nein sagen und das haben wir getan. Und wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Video und am Ende verraten wir dann noch, welche zwei tollen Familien wir getaggt haben. Und zwar zur Ja-Challenge. 24 Stunden lang. Aber jetzt einmal viel Spaß bei unserem Video. Guten Morgen. Unsere 24 Stunden Nein-Sagen-Challenge beginnt. Und ich werde jetzt Hanna erstmal aufwecken, damit wir in die Schule können. Guten Morgen, Schatz. Die Schule wartet. Stehst du bitte auf? Nein. Hey. Mama, schmierst du mir mein Brot für die Schule? Nein, mach das doch selber. Alles muss man selber machen. Mama, kannst du mich zur Schule bringen? Nein. Tschüss, viel Spaß. So, wir haben uns angezogen. Wir wollen jetzt schön essen gehen. Kann Papa mitkommen? Nein. Darf ich auch mit? Nein. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Nein. Nein. Ich will mit. Nein. Ich will mit. Nein. Nein. Ich will mit. Oh, Papa. Hier gibt es so leckere Sachen. Darf ich mir was kaufen? Nein. Oder darfst du was? Nein. Nein. Unser super leckeres Essen ist gerade gekommen. Darf ich von euch was mitessen? Nein. Schatz, machst du mal langsam den Fernseher aus? Du hast jetzt genug geguckt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Hanna, genug gemalt. Machst du jetzt bitte mal deine Hausaufgaben? Nein. Nein. Hehehe. Frech. Das ist frech, ja. Och Mann, meine Orangenen sind immer gut. Ja, ich glaube, du hast jetzt auch sowieso genug gemalt. Machst du jetzt bitte mal deine Hausaufgaben? Nein. 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 Schatz, wir wollen gleich Abendbrot essen. Kannst du mal aufhören, Süßes zu essen? Nein. Komm und sei dabei, fühl dich heute frei. Kannst du bitte aufhören zu singen? A, E, I, O, O, O. Nee. Du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei, fühl dich heute frei. Nein. Boah, Hanna, hör auf. Nein. A, E, I, O, O, O. Du gehörst doch mit dazu. Mama, darf ich auch auf den Schlitten? Nein. Mama, können wir jemanden taggen? Nein. Natürlich. Dieses Mal, ja, wir taggen gerne jemanden. Und zwar Ava und Jade von Geschichten und Spielzeug. Und? Oh Gott, diese Familie. Genau. Und wir möchten gerne, dass ihr den ganzen Tag lang Ja sagt. Meinst du, das wird interessant? Mhm. Ich glaube auch. Das könnte richtig spannend werden und bestimmt sehr lustig. Wir freuen uns auf eure Videos. Schaut auf jeden Fall bei den beiden Kanälen vorbei. Ja. Und wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit unserem Video. Einige Szenen waren natürlich gestellt. Nee, nicht einige. Eigentlich waren alle Szenen gestellt. Hanna hat natürlich was zu essen bekommen und sie durfte auch mit dem Schlitten fahren. Ja. Und sie ist morgens auch aufgestanden und wir haben sie zur Schule gebracht. Sie, was noch? Was haben wir denn noch gefilmt gehabt? Ich habe natürlich auch was zu essen bekommen. Und mit uns mit essen darf sie auch. Lecker? Das ist voll lecker. Hanna durfte natürlich auch fahren. Wir haben sogar gar einen kleinen Hügel hier. Wie ist es? Wie ist es? Gut. Wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss. Ich werde nicht immer kommen. Ja. Das finde ich so. Du darfst nicht lachen. Du darfst nicht lachen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen.